Das hier ist der 20.000. Feldhäcksler von John Deere. 625 PS stark und 20 Tonnen schwer ist der 500.000 Euro teure 8600i. Hier in einer ganz exklusiven Folierung. Gebaut wurde der Häcksler wie alle anderen Häcksler auch in zwei Brücken, wo rund 1200 Mitarbeiter für den Bau und auch die Entwicklung der Feldhäcksler sowie der Mähdrecher beschäftigt sind. Übergeben wurde der 8600i Anfang des Jahres an das Lohnunternehmen Marquardt. Im 20.000. Feldhäcksler. Gucken wir das alles nochmal ein bisschen von oben an. Ist schon Leidenschaft, mal doch echt Spaß. Ey Puppe, kannst los, Bespieler. Habt eine gewisse Unzeit, wenn es auch will. Dann muss das alles zensiert werden, aber wir haben immer noch Bock. So Leute, ich bin jetzt irgendwo in der Nähe von Lübeck und hier steht heute Maishäcksler auf dem Plan. Aber nicht mit einem ganz normalen Häcksler, sondern mit dem 20.000. Häcksler von John Deere. Der hat so eine ganz spezielle Folierung. Der müsste gleich auch irgendwann wieder hier runterkommen. Das Feld ist jetzt absolut nicht schön, das hat auch der Fahrer eben gesagt. Wir fahren gleich noch auf andere Felder. Das ist jetzt nur hier ein 3 Hektar Schlag, da hinten ist noch ein 3 Hektar Schlag und dann geht es auch irgendwann wieder auf bessere Schläge. Der ist irgendwie so mitten in einem Wald. Ich bin mal gespannt, wie der so aussieht und was die Folierung her macht. Ja, und werde jetzt heute hier mal für John Deere tatsächlich ein paar Bilder und Videos machen. Das wird dann auch auf Social Media geteilt werden. Also wir machen das im Collab-Posting wahrscheinlich zusammen. Ich hoffe mal, dass es auf den anderen Schlägen gleich besser ist, weil das ist hier natürlich nicht so ideal für Bilder und Videos. Hier ist jetzt ein bisschen Stau, der muss raus, der eine muss rein, da ist noch einer irgendwo. So, okay, der Häcksler fährt weiter, perfekt. Problem, gelöst. Dann habe ich mich auch mal auf den Häcksler geschwungen und was man hier im Video gar nicht sieht ist, wie steil das eigentlich ist. Deshalb ist auch hier der eine Trecker mit der ersten Karre schon mal stecken geblieben, weil es da wirklich sehr 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 steil war. Und dann kam der andere von oben quasi runter und hat dann übernommen. Die drei Hektar waren dann auch irgendwann mal geschafft und dann ging es zu einer richtig, richtig schönen Fläche direkt an den See. Und da konnte man auch mit der Drohne endlich mal hochfliegen, mal ein paar schöne Bilder machen. Mit dem See im Hintergrund war das natürlich super. Und da es nur eine Ein- und Ausfahrt auf diesem Feld gab, mussten erstmal die ganzen Abfahrer noch hinterher fahren, bis quasi einmal rundum gehext worden ist. Ja, deswegen sind da diese Szenen entstanden. Die Szenen entstanden. Bis zum nächsten Mal. So, die Aufnahmen sind alle erst mal gemacht. Jetzt gehe ich selbst nochmal drauf. Jetzt ist es halt relativ dunkel, für die Bilder ist es halt schlecht, deswegen kommt jetzt das Vergnügen und ich fahre mal mit und vielleicht mache ich auch noch so ein kleines Interview mit dem Häckslerfahrer. Der ist eigentlich ganz gut drauf. Ich muss jetzt nur noch einen passenden Moment finden, bis ich da aufsteigen kann. So, ich habe mich jetzt auch mal auf den Häcksler gefragt und sitzt hier bei Peschke. Moin. Eigentlich Tim, aber hat er nicht so gerne. Ne. Und was? Ja, was seid ihr für betrieben, was macht ihr so, was sind deine Aufgaben? Ja. Mein Name ist Tim, alias Peschke. Alle nennen mich Peschke. Ich bin Maschinenführer bei der Firma Marken bei den Wegensee seit acht Jahren circa. Bruno Nehmer war schon immer ein Traum. Immer gerne gemacht und immer gerne getan von klein auf große Maschinen. Ja, was soll ich dafür sagen? Wir machen alles. Von PRS-Ausprägungen, Gülle-Ausprägungen, Langschnitt, Gras-Kurtschnitt, Mais-Häckseln, Mais-Lehnen, Prübenfahren, Miststreuen, Mingarbeiten, Pressen. Und wir gehen eigentlich alles, was das Herz begehrt. Außer Migrosch und Migrosch. Ansonsten machen wir alles. Haben ja einen relativ großen Fuhrpark. Haben jetzt wie früher zwei neue John Deere gekriegt. 8600i. Beide dieselbe Ausstattung. Beide mit 10 Reier Camper. Sind wir sehr zufrieden mit. Haben sonst im Fuhrpark Fendt, Steyr, Case, John Deere. Ja, alle Marken vertreten. Damit die Fahrer auch alle mal ein bisschen was haben. Damit man sie auch mal wechseln kann zwischen den Marken. Aber Case habt ihr viel, ne? Also hier war zumindest jetzt vier Case. Ja, hier. Nein, nein. Also wir haben noch ein, zwei Laufen. Ja. Haben noch drei Fans. Drei Ton hier. Ja, über die Jahre hat sich das dann daher so entwickelt. Leider hat die GoPro so ein bisschen rumgespinnt. Die ist immer ein und aus gegangen. Ich habe euch jetzt trotzdem mal versucht, irgendwie das Interview so gut es geht noch zusammenzuschneiden. Wir hatten irgendwie einen kleinen Ausfall. Deswegen ist wahrscheinlich ein bisschen was vom Gespräch weg. Aber gut. Die Technik, die begeistert. Genau. Das letzte, was nicht mit drauf war, ist, dass du so ein kleines Pedal da unten hast. Ja, mein Fußtaste. Genau. Ja. Ja, es ist immer schwierig, wenn man so jetzt gerade den Kurven fährt. Man muss den Lecker mit Täniken. Man muss den Turm mit Täniken. Man muss gucken. Und dann, ja, tippt man einfach hier unten rechts drauf. Hey Heike. Das hast du toll gemeint. Ich bin stolz auf dich. Und dann kommt was zurück. Heike. Siehst du so was in der Richtung. Es ist angenehmer mit dem Fußtaste. Und es ist alle Hände frei. Das ist das Schönste. Wie gesagt. Das ist eine gute, teure Investition. Ja. 150 Euro der Fußtaste. Ohja. Ist aber... Ja. Ja. Aber wie gesagt. Ansonsten Hexel ist so ein Achtarmiger. Und was kommt, dass du den Hexel packt in den Markfragen gehst. Dann würde er eigentlich mit jedem Abfahrer mindestens einmal irgendwie komplizieren musst während der Fahrt. Ja. Dann wäre es ja sonst nur Abweh und her. Ja. Das macht natürlich schon Sinn. Nein, aber... Ich fahr ja nicht nur Hexel. Ich fahr ja wie gesagt. Jede x-beliebige Maschinenhaufen. Ja. Die Markfragen an wie den Fahrer. Das war's am liebsten. Aber der Heike hat das schöne Sport im Betrieb. Er hat so einen festen Güllewagen. Ja. Der Gülle fährt. Ich hab einen alten Meierlohn. Ja. 21 Kubikmeter mit einem Double-Swing-System. 36 Meter. Okay. Ähm... Das ist quasi unsere alte Oma. Ja. Sie haben trotzdem noch seine stolzen 18.000 Kubikmeter ein Jahr. Nein. Ähm... Ja. Ja, ist gut. Kann stehen bleiben. Und das Schöne ist, wir sind ein Unternehmen, glaube ich, mit elf Mann. Und wir sind alles ein eingespieltes Team. Das ist sehr wertvoll, glaube ich. Ja. Also wenn ich zum Beispiel im Güllefarm bin oder ein anderer oder am mischtoren, hat die gleiche Anbaugerät hinter. Ruft er mich an, kann ich dir noch helfen. Mhm. Und zusammen sind wir ein starkes Team. Ja. So Leute, irgendwie die Technik spielt nicht so mit. Es bricht die ganze Zeit ab. Mal gucken, wie lange es jetzt geht. Äh... Ja, auf jeden Fall habe ich gerade herausgefunden, dass der Pechke eigentlich auch Influencer ist. Beziehungsweise, dass deine Videos, die letzten zwei, über 100.000 Aufrufe hat. Ja. Ja. Also Instagram Marshmallow Pechke. Marshmallow Pechke. Müsst ihr mal reinschauen. Sehr, sehr unterhaltsam. Also ich bin gespannt, was da noch so in der Zukunft kommt. Einiges. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen heute und gestern war? Alter, das ist schon wieder gierig, Alter. Gestern war scheiße, gestern war warm, Alter. Und heute... Was? Das mache ich, Alter. Ich hoffe, dass wir das mit deinem Pedal da unten... Jetzt können wir das auch mal zeigen, ne? Dass wir das irgendwie drauf haben. Also das ist auf jeden Fall viel Kommunikation, weil du musst ja viel reden. Du musst mit jedem Abfahrer sprechen, weil ich ja auch volles... Anprübeln, ne? Genau. Erpressungsgeld rausholen, Schleim, ne? Bier erhaschen. Das hat man schon öfter gehört. Also durch Schleim tust du schon viel. Ja, tue ich auch. Ja. Wiege bestellen mich auch, wie ich hexen soll. Gibt es eine Sache, die du so am liebsten machst? Ach, das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Okay. Im Früh bin ich heiß auf Gülle und im Herbst heiß auf Mais. Okay, okay. Schwierig. Aber immer Hexler fahren, ne? Also nicht abfahren, sondern... Nein, nein, nein. Kein interessierter Abfahrer finden. Nein, nein. Und ansonsten, was machst du, wenn du nicht gerade irgendwie 2,5 Wochen jeden Tag von morgens bis abends hier oben sitzt? Couch sitzen, Bier saufen. Nein, nein. Du hast gesagt, bei einem Kumpel, dass du dann noch... Mieterischer Fahrer fährst. Mieterischer Fahrer, ja. Okay. Und das machst du dann in deiner Freizeit, wenn du... Wenn ich mal Kalbier trinke und nicht auf dem Hexler sitze und auf Gülle war. Da merkt man auf jeden Fall, dass du Leidenschaft für das Ganze hast. Ja, das ist so. Ja. Ist schon Leidenschaft. War doch echt Spaß. Braucht mir die Jungs. Sind zwar alle kaputt, genauso wie ich. Aber es macht schon Spaß. Ey Puppe, kannst los. Bespieler. Ab eine gewisse Uhrzeit wird es auch wild. Ja, das ist geil. Muss das alles zensiert werden? Aber wir haben immer noch Bock. Wer kann das alles hören, den Funk? Nur die Abfahrer? Oder gibt es auch noch einen neuen Chef? Ja, einen kriegst du noch. Die Kunden haben ja auch Betriebsfunk von uns. Ja. Also unseren Kanal. Okay. Und eine Frequenz. Und das läuft ganz gut. Sind wir ganz zufrieden. Okay. Also das kriegen schon viele Leute mit und einige denken auch. Die Markwart-Dank ist wieder da. Aber gut, wenn man 15 Stunden hier oben sitzt, ist das ja... Irgendwann ist es gekloppt. Irgendwann ist es gekloppt. Irgendwann ist es gekloppt. Es geht mal weiter. Ein nacheinander. Ist ja nicht der Schock. Da noch 10 Minuten. Ja. Genau. Wenn du irgendwann mal live streamst, sag mir mal bescheiden. Ich bin der Erste, der da einschaltet und sich das reinzieht. Ja? Ja. Das ist okay. Autokramme gibt es wieder vor eine Stunde. Ja. Okay, okay. Live und in Fahrze. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei dir entwickelt wird. Also mach weiter, wenn du Bock und Zeit dazu hast. Das ist sehr unterhaltsam. Das kriegen wir hin. Das ist gar nicht. Aber das ist eigentlich so viel Wartungsaufwand mit so einem Gebiss. Also ich muss sagen, dadurch, dass du einen großen Teller hast, ist es relativ wartungsärmer wie mit dem kleinen Teller. Ja. Ja. Alles viel Verschleißbügel und Verschleißkunststoff. Also das ist Wartung, Pflege, festgestellt. Man kann dieses Gebiss auch super waschen. Okay. Also. Es ist relativ schnell zerlegt und schnell gewaschen. Nein. Ich wasch gerne. War so eine andere Sache, ne? Ja. Alter, hast du auch Bock? Ja, Mika, heute. Geh hart, mir rein zu fliegen oder einfach Mais zu hacken. Oh. Mit dieser Konversation verabschiede ich mich dann auch aus diesem Video. Der Peschke hat noch hier das Gebiss sauber gemacht. Es stand dann noch eine Straßenfahrt bis zum Betrieb an. Und damit er nicht so viel auf die Straße fliegt, hat er das Gebiss einmal abgepustet. Jo, und für mich ging es dann ins Hotel und am nächsten Tag auch wieder nach Hause Richtung Heimat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich gerne ein Like geben und auch einen Kommentar schreiben, was ich vielleicht mal besser machen kann oder wie es euch gefallen hat. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, gerne abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Macht's gut. Ciao. 1 2 1 2 3 6 1 1 Eine 1 Vielen Dank.